Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über die Watch 2 Pro, die neue Uhr von Nothing oder CMF, je nachdem wie ihr das nennen wollt. Eine sehr interessante Smartwatch, wie gesagt die zweite Generation ist. Die erste Variante findet ihr hier oben. Da habe ich euch auch ein Review gemacht. Ist gar nicht so lange her, dass sie rauskam tatsächlich. Diese ist auch wenige Tage jetzt auf dem Markt. Habe ich mir jetzt gekauft, um euch mal kurz vorzustellen. R2-D2 war so ein bisschen am Drängeln. Das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt hier dieses Video raushaue, weil der Preis halt so interessant ist. Und viele von euch fragen sich, ob diese Uhr gut ist und deswegen jetzt hier dieses Video. Zum Preis, ja, kann man ganz gut sagen. Ich habe gerade die neue Samsung Galaxy Watch gekauft. Da kostet das Armband 69 Euro, ein zweites. Also hier die ganze Uhr kostet 69 Euro und das ist, denke ich mal, ein richtig guter Kurs. Und müsst ihr natürlich jetzt auch berücksichtigen, wenn wir über das eine oder das andere sprechen, was nicht so gut ist. 69 Euro. Neu. Ja. Und hat so einiges auf dem Kasten die Uhr. Okay, wir gucken uns das erstmal an. Also wir haben ja ein 1,32 Zoll großes Amulett-Display. Amulett, wem das nicht sagt, das ist richtig tief schwarz. Also schwarz ist hier wirklich schwarz. Das leuchtet auch nicht und so. Und auch vom Blickwinkel, wenn wir irgendwie von der Seite gucken oder so, das verfärbt sich nicht. Also das Display ist wirklich ein sehr gutes. 620 Nits wird das Display hell. Das ist auch okay in dem Bereich. Und wir haben eine Wiederholrate, dass es dahingehend wichtig, wie flüssig das Ganze ist, von 60 Frames die Sekunde. Nur mal so, dass ihr das gehört habt, je mehr um, so besser. Das ist auch ein Wert, der völlig okay ist. Was ist noch? Sehr okay. Definitiv bei dieser Uhr. Das ist hier oben die Krone. Also es gibt Uhren, die kosten 350 Euro. Die haben auch eine Krone. Die kann ich zwar drücken, aber nicht drehen. Ich kann, wie ihr seht, hier Funktionen jetzt auswählen durch das Drehen der Krone. Wow. Super cool. Wünsche ich mir eigentlich bei jeder Smartwatch. Hat aber nicht jede Smartwatch. Sehr, sehr schade. Ja, das ist eine tolle Funktion. Und gut, da hat man mitgedacht, der Knauf, die Krone, die ist hier leicht versetzt, wie ihr das seht. Das heißt, wenn ihr hier einen auf den hier macht, das Risiko, dass ihr aus Versehen die Krone drückt, ist sehr, sehr gering. Ja, im Punkto Display habt ihr eben gesehen, die Uhr ist jetzt da, sie ist jetzt wach und sie geht jetzt gleich in den Standby-Modus. Und dann haben wir ein Always-On-Display. Und hier finde ich sehr, sehr gut, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, einmal das Watch-Face auszuwählen und einmal das Always-On-Display. Mensch, das dauert aber auch hier. Ihr seht das jetzt, das ist ein ganz anderes Display und das kann ich jetzt wählen, unabhängig von dem Watch-Face, welches ich mir auswähle. Und das finde ich eine coole Geschichte. Was kann wir auch wählen oder uns aussuchen? Das ist die Lunette. Die kann ich hier abdrehen, die muss ich runterdrücken und dann kann ich die tatsächlich abdrehen. Ihr habt hier einen roten Punkt, als auch dort. Und es soll wohl, wie ich das verstanden habe, in Zukunft dann verschiedene Designs geben. Das heißt, ihr könnt die Uhr dann entsprechend, ja, eurer Mode, was ihr auch immer anhabt und ähnliches anpassen. Die Uhr ist relativ klein, aber sie ist tatsächlich dick. Das müsst ihr vorher wissen. Also das Display ist okay, auch von der Größe und alles tut die. Und wenn wir jetzt aber von der Seite gucken, dann seht ihr schon, das ist hier die Pixel Watch 2. Die ist ja auch ein bisschen bauchiger, aber das ist schon ein kleiner, feiner, definitiver Unterschied, wenn es hier um die Dicke geht. Also die Uhr ist definitiv nicht dünn. Seid ihr eine Frau, habt ihr zierliche Ärmchen oder sowas, überlegt euch das gut. Die Uhr ist top vom Display, wie gesagt. Größe ist auch okay, ist nicht riesig großer Klopper, aber sie ist relativ dick. Zum Display möchte ich auch noch sagen, wir haben hier einen Lichtsensor verbaut. Das heißt, wenn ich von oben nach unten wische, seht ihr hier ein A. Das bedeutet, dass jetzt das Display automatisch angepasst wird. Jetzt habe ich es manuell und jetzt machen wir es mal auf volle Pulle. Das ist schon okay, aber auf A ist das wesentlich energieeffizienter. Zur Akkulauzeit kommen wir auch noch gleich. Der Sensor ist manchmal, ja, der zickt manchmal so ein bisschen rum. Manchmal finde ich es zu dunkel. Ihr habt eben das Watchface gesehen, als ich die Hand draufgelegt habe. Das war ein bisschen zu dunkel für meine Begriffe. Wir haben hier ein orangenes Armband. Das ist ja diese neue Trendfarbe irgendwie. Die neue Galaxy Watch ist ja auch orange. Und auch die Apple Watch in der Ultra-Variante auch und sowas. Naja, kann man davon halten, was man will. Man kann natürlich dieses 22mm Armband einfach abnehmen, ran machen. Das ist immer etwas schwieriger, wenn man das direkt vor der Kamera macht. Zack. Also das ist kein Problem. Das ist, ja, Plastik. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze hält und so. Aber ja, mein Gott, die Uhr kostet 69 Euro. Wie gesagt, das kostet ein Armband bei einer anderen Smartwatch. Also von daher finde ich das wirklich okay. Was finde ich auch okay? Das ist definitiv die Watchfaces. Schaut euch die mal an. Die sind doch, man muss es natürlich mögen. Das ist klar. Sie sind ein bisschen verspielter, behaupte ich jetzt mal. Aber ich finde sie fast alle wirklich hübsch. Also sie sagen wirklich was aus. Ach, das hatten wir eben schon. Zack. Und wie gesagt, das Always-On-Display, was ich dann auswähle, ist halt auch ein anderes wie dieses hier. Und das finde ich wirklich gut, dass ich hier diese Alternative habe zwischen den beiden. Jetzt bin ich aus Versehen zu den Widgets rübergekommen. Gucken wir uns die mal an. Das heißt also, ich habe normale Uhrzeit. Wenn ich dann rüberwische, dann komme ich in die Widgets, die ich in der Reihenfolge anpassen kann und in den Funktionen. Also ich kann hier einen Wetterbericht zum Beispiel mit reintun oder oder. Hier oben habe ich jetzt die Anrufliste. Da klicke ich jetzt mal nicht drauf, weil dann könnt ihr ja sehen, irgendwelche Rufnummern vielleicht, Kontakte. Da sind eure Favoriten hinterlegt. Und ich kann hier auf das Wahlfeld gehen und jetzt jemanden anrufen. Das machen wir aber jetzt nicht. So, das zweite Feld ist jetzt bei mir die Aktivität und das Wetter. Wenn ich auf das Wetter dann nochmal klicke, kann ich mir hier den Wetterbericht nochmal anzeigen lassen, die verschiedenen Tage. Und das ist, ihr erkennt das schon mit diesem Pünktchen, das ist typisch nothing. Also coole Geschichte, was das angeht, definitiv. Ja, und das sind die Widgets. Da gibt es ein bisschen wenige. Aber wie gesagt, die könnt ihr entsprechend noch anpassen. Hier könnt ihr den Player von eurem Smartphone steuern, also Titel weiter und Co. Musik auf die Uhr geht meines Wissens nicht. Also ihr steuert die Musik tatsächlich über das Smartphone, aber wer weiß, was da noch kommt. Aber andersrum, ihr müsstet da, also Spotify oder sowas, das könnt ihr euch abschminken. Das wird es auch wahrscheinlich niemals geben für diese Uhr. Also da sind andere Uhren für gedacht. Nicht diese günstige Variante definitiv. Aber es ist natürlich auch eine Uhr, ja, wie gesagt, die im untersten Preissegment angesiedelt ist und euch viele, viele Möglichkeiten bietet. Und allein schon die Krone ist wirklich gut. Ihr seht das hier. Manchmal hakt es bei mir hier ein bisschen, wenn ich hier durchscrolle, das ist manchmal nicht so schön. Und auch muss man natürlich sagen, ihr habt hier diese Funktion, die ihr hier seht und das war es. Es gibt keinen App Store oder sowas. Natürlich gibt es irgendwann vielleicht mal ein Update und dass irgendeine neue Funktion dazukommt. Aber das war jetzt hier eigentlich alles, was ihr mit der Uhr machen könnt. Was aber auch schon eigentlich eine ganze Menge ist. Natürlich ist diese Uhr auch für Sportler ausgelegt. Wir haben GPS on board, also auf der Uhr und 120 verschiedene Sportmodis. Kann ich euch mal kurz was zeigen hier. Da können wir durch swipen. Könnt ihr natürlich auch alle im Menü der Uhr entsprechend auswählen und besser anpassen. Also das ist auch kein Problem. Hier sind jetzt nur die Favoriten drin von euch. Aber ihr habt 120 verschiedene Sportarten und die werden auch automatisch erkannt. Automatisch erkannt, kleiner Funfact von mir, wenn ihr die Uhr habt oder euch kaufen solltet, schaut mal in den Einstellungen, weil die Funktion des automatischen Erkennens von Trainings oder Sport ist leider deaktiviert. Das müsst ihr einmal hier aktivieren in der Uhr. Warum auch immer das ausgeschaltet ist, vielleicht wegen Akkulaufzeit oder um Akku zu schonen oder so, das kann ich euch nicht sagen. Aber kleiner Tipp von mir, aktiviert das unbedingt. Ist eine tolle Funktion, dass dann automatisch erkannt wird, dass ihr Sport macht. Ja, Atemübungen, Sprachassistent und was auch sehr, sehr cool ist, wo ich hier gerade Sprachassistent lese. Ich mache mir die Uhr mal wieder um. Das ist, wir haben hier Gestenfunktion an Bord. Na, wo ist mein zweiter? Da habe ich geschlampt. Hier unter. Gestensteuerung, die könnt ihr entsprechend anpassen. Ich habe hier den Assistenten drauf. Einmal, zweimal. Jetzt geht der Assistent hier auf. Tippe ich einmal. Wie wird das Wetter morgen? Morgen wird es in Zelle teilweise bewölkt bei Temperaturen zwischen 17 und 29 Grad. Okay. Bei mir öffnet sich blöderweise halt immer der Assistent auf dem Telefon. Ich weiß nicht, wie ich das umstellen könnte. Das ist ein bisschen schade, aber vielleicht kommt da noch irgendwas. Wie gesagt, diese Gesten, da gibt es noch andere. Könnt ihr entsprechend anpassen und da könnt ihr Gespräche ablehnen, annehmen und Co. durch eure Gestenbewegungen. Wir hatten ja eben schon über Sportprogramme und sowas gesprochen. Wir haben eine Konnektivität zu Apples Health und Google Health sowie Strava. Das heißt, die Daten werden von der Uhr über die App entsprechend dann auch an diese Dienste übertragen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr cool. Wenn ihr verschiedenste Geräte noch neben der Uhr nutzt, habt ihr alle Daten. Alle dann bei Google Health oder bei Apple Health an einer Stelle. Das ist eine coole Geschichte. Bietet euch nicht jede Smartwatch. Schon gar nicht in so einem unteren Preissegment. Das muss man vielleicht so richtig ausdrücken. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste für alle. Das ist natürlich ein Thema breit gefächert. Ich habe, wie ihr immer seht, ein Always-on-Display. Also ich habe immer eine Uhrzeit drauf. Das ist so meins, dass ich, wenn ich am Rechner sitze, ich nicht, ja, ich kann die Uhr drehen. Dann geht das Display an. Ich kann Double-Tap machen. Dann geht das Display auch an. Alles ist richtig. Aber wenn ich am Rechner schreibe und ich nur rauf gucke, kann ich auch die Uhrzeit sehen. Und das finde ich halt von Vorteil. Und deswegen ist auch optisch hübscher oder so lange Rede kurzer. Ich wollte es nur sagen, bei mir hält die Uhr fast vier Tage, wenn ich Always-on-Display an habe. Laut Hersteller sind elf Tage da dran möglich. Aber da müsst ihr natürlich Always-on und sowas ausstellen. Also zwischen vier und elf Tagen ist mit der Uhr definitiv möglich. Ich bin natürlich auch viel Nutzer. Das müsst ihr natürlich auch so sehen. Also geht mal so von roundabout vier, fünf, sechs, sieben Tage aus, je nachdem, wie ihr sie nutzt. Das ist ein guter Wert. Aber es ist natürlich eine Uhr, die halt nicht so viele Funktionen hat wie eine Google-Uhr oder sowas, wie ich euch hier die Pixelwatch gezeigt habe. Die hat abends so um 19 Uhr 28 Prozent und dann ist vorbei. Aber damit kann ich zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten empfangen, abspielen und natürlich auch selber senden, Bilder angucken und, und, und. Wenn es jetzt nur mal ums WhatsApp geht oder sowas. Und hier ist zum Beispiel auch die LTE-Variante. Das heißt, ich kann damit losjoggen ohne Smartphone und eine WhatsApp verschicken. Das kannst du natürlich mit der Uhr nicht. Ich denke, das ist klar. Deswegen habe ich hier aber auch ganz andere Akkulaufzeiten. Okay, nur, dass ihr mal das gehört habt. Wie genau sind die Messungen? Ich habe hier einmal ein Messgerät. Ihr kennt das vielleicht, wer meine Videos kennt. Damit erfasse ich den Blutsauberstoffgehalt im Blut und den aktuellen Puls. Und dann wollen wir einmal gucken, wie genau das Ganze ist. So, 90, 76 sagt das Gerät. 86, 67, ich bewege jetzt hier mal, damit das nicht ausgeht. 75 zu 80, 73 zu 79. 76, okay, das ist okay. 76 zu 76, das ist jetzt schon besser. Das war ja eben ein bisschen weiter auseinander. Ich warte noch mal eine Sekunde. 83 zu 77, naja. 81 zu 77. 77 jetzt beide. Irgendwie scheint hier die Messung wesentlich länger zu dauern bei der Uhr. 79 zu 74, ich glaube, ich bin einfach zu schnell. 78 zu 74 oder machen es mal andersrum. 73, 73, perfekt. Ach, da hat er nicht aufgepasst. Wir machen noch eine kurze Messung. 86 zu 76, 74 zu 80, 82 zu 73, 76 zu 80, ja, 77 zu 77. Jetzt passt das wieder. Ich habe das Gefühl, die Uhr braucht immer so ein bisschen. Hier haben wir 82, hier haben wir 72, das ist natürlich heftig auseinander. Aber die Uhr scheint, wie gesagt, nicht zu schnell zu sein. Ich warte hier mal den nächsten Wert ab. 73 zu 77. 75 zu 75, okay. Das ist okay und ich denke mal ganz annehmbar. Wie sieht es aus mit dem Sauerstoff, dem Blutsauerstoffgehalt im Blut? Wir machen mal eine Messung. 3, 2, 1, Feuer frei. 97% sagt die Uhr. 97% sagt auch gerade das Messgerät. Das macht natürlich just in time. Hier ist natürlich der Durchschnitt von der Messung her. Also auch Blutsauerstoffgehalt sind hier beide Pare. Beide sind hier safe. Okay, was kann die Uhr natürlich auch noch sehr gut? Das sind natürlich Schlafdaten. Wie genau die sind? Ich habe hier mal mir eine Nacht rausgepickt. Verglichen, ne, Uhr mit einmal einem smarten Ring, der sich am Finger befindet. Der ist vollumfänglich, sehr, sehr gut. Was der alles erfasst, neben Hauttemperatur habt ihr da noch mit im Spiel. Dann habt ihr da Beats per Minute, wird berechnet und, und, und. Ist ja auch egal. Der ist auch ziemlich genau. Und die beiden werde ich jetzt einmal miteinander vergleichen. Die gesamte Schlafdauer. Kurz erklärt, da sagt mir die Uhr 6 Stunden 48, während der Ring sagt 6 Stunden 25. Das sind, äh, round about 20 Minuten Unterschied. Ähm, ist relativ viel. Aber der Ring sagt mir auch, ich war 6 Stunden 55 im Bett. Und, äh, 6 Stunden 48 und 6 Stunden 55, hm, das könnte ja schon fast hinkommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Uhr das genau berechnet. Nimmt sie den Wert, wie lange ich im Bett bin? Oder wie lange ich wirklich geschlafen habe? Also, das muss man mal sehen. Beide Werte sind nicht so weit auseinander. Auch wenn es jetzt 6 Stunden 25 wären, äh, 6 Stunden 48, was halt die Uhr sagt, denke ich mal, auch noch okay. Aber mal gucken, wie die anderen Werte ausschauen. Den leichten Schlaf. Bei der App ist die Rede von Kern oder Kernschlaf. Und ich denke mal, das ist der leichte Schlaf. Also auch die Werte sind sehr ähnlich. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Kern, Kernschlaf hier der leichte Schlaf sein soll. Da sagt die Uhr 3 Stunden 32, während die, äh, der Ring sagt 2 Stunden 42. Da ist eine relativ große Grätsche auseinander. Hm, Tiefschlaf sagt einmal die Uhr 2 Stunden 26. Und der Ring sagt 1 Stunde 45. Hm, auch da ziemlich weit auseinander. Rapid Eye Movement, auch sehr wichtig für einen gesunden Schlaf, sagt die Uhr 050, also 50 Minuten. Während der Ring sagt 1 Stunde 58. Das ist mal eben, ich sag mal knapp, das Doppelte. Puh, also der Ring ist eigentlich sehr, sehr genau. Den habe ich auch mit einer Schlafmatte damals seinerzeit getestet. Kommt auch noch übrigens eine Review über den Ring Kuhn ist das. Ähm, hier zufällig auch noch die Verpackung stehen. Kommt auch in Kürze meine Review zu dem Ring. Wirklich cooles Teil. Also ich vertraue definitiv mehr dem Ring, ähm, als der, der Watch 2 oder der Watch Pro 2. Vielleicht kommt da noch ein Update, aber das sind die Werte, die ich gemessen habe. Ähm, der Gesamtschlaf, der ist ja wirklich sehr, sehr gut. Der leichte Schlaf geht ein bisschen auseinander, das ist, denke ich mal, auch noch gut. Aber die Tiefschlafwerte und Rapid Eye Movement sind für meine Begriffe viel zu weit auseinander. Also, genau. Aber das ist, was ich gemessen habe, was ich an euch weitergeben kann. Und vielleicht kommt das, wie gesagt, noch über ein Update und wird dann noch ein bisschen besser. Ja, schauen wir uns einmal die App an. Und die ist sehr übersichtlich, gut gestaltet. Also ja, ich hatte, wie gesagt, ja auch schon eine andere Nothing Uhr. Also da kann man wirklich nicht meckern. Also Übersichtlichkeit ist super. Wie gesagt, ein paar Sachen sind schlecht übersetzt. Wie hier zum Beispiel das Schlaftracking, dass es dann auf einmal Kern heißt. Vielleicht kommt das ja noch und so. Das kann man ja alles noch mal fixen und so. Also das finde ich wirklich übersichtlich. Hier habe ich noch verschiedene Menüs, die sich dann auf die Uhr beziehen. Hier habe ich meine Aktivitäten, die kann ich auch manuell starten. Dass es dann automatisch mit GPS geht, in Verbindung mit dem Smartphone. Äh, ja genau, mit dem Smartphone. Und hier ist das eigentlich, ja, sehr, sehr schön gelöst und sehr, sehr übersichtlich. Aber ihr seht hier auch, alle Nachrichten, die ich jetzt auf der Uhr eben schon weggemacht habe, die sind halt hier auch noch drauf. Und das ist halt ein bisschen blöd. Das zur App. Was gefällt mir nicht so gut bei der neuen Uhr, bei der Watch Pro 2? Und das ist zum Beispiel der Fakt, den ich am Anfang schon gesagt habe. Sie ist mir etwas zu dick. Sie ist von der Größe wirklich gut. Top. Natürlich ein großer Akku braucht viel Platz. Ist alles okay. Aber ich finde, sie ist einfach tatsächlich ein bisschen zu dick für die kleine Größe. Vielleicht auch mein persönliches Empfinden entscheidet selber. Aber im Vergleich zur Pixel Watch ist das schon ein echter Klopper auf jeden Fall. So, da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Da ist schon mehr am Spiel. Dann habe ich etwas wenig Apps, etwas wenig Funktionen. Und auch manche Funktionen sind, wie der Timer zum Beispiel. Wenn der läuft, dann kann ich keine Nachrichten mehr lesen. Dann kann ich nicht mehr im Menü mich bewegen. Oder ich muss den Timer beenden. Das ist sehr blöd. Oder auch aus der Praxis, für die Praxis, der Timer, wenn der abgelaufen ist, da macht die Uhr einmal Piep und vibriert einmal. Das war's. Ein Timer für mich ist, vielleicht übersehe ich das, überhöre ich das und das ist nicht so nice, wenn ich mir da so einen Timer stelle und ich den mitbekomme. Also ihr könnt ruhig schon ein paar Sekunden mich mal darauf hinweisen, Timer ist abgelaufen. Das sind so Kleinigkeiten. Auch finde ich nicht so gut die Töne. Also Benachtigungston ist zum Beispiel ein Ton, den könnt ihr nicht ändern und ist so ein Piep. Klingt so ein bisschen, is nothing. Also das klingt immer alles so ein bisschen digital nach Robotern und Co. Ja, verstehe ich. Aber dieser Ton ist so ein bisschen wie so ein Störgeräusch. Finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das muss man echt mögen. Ich bin ja so ein Technik-Nerd. Natürlich, mein Auto, wenn es abschließt, macht ein Lichtschwert von Star Wars. Ach, die Nachbarn freuen sich immer. Aber dieser Ton, mir persönlich gefällt ja nicht. Auch vielleicht wieder persönliches Empfinden. Vielleicht kommt hier mal irgendwie auch nochmal eine Nachricht rein. Das wäre ja mal ganz toll. Nachrichten sind bei mir abgeschnitten. Ihr seht auch, hier sind irgendwelche Icons, vielleicht auch ein Smiley oder sowas. Kann die Uhr mir nicht richtig anzeigen und ist halt auch sehr abgeschnitten. Ich sehe halt nur den Betreff jetzt bei der E-Mail. Das ist eine, das stimmt gar nicht, das ist Instagram tatsächlich. Das ist eine Meldung von einem Saugroboter. E-Mail und auch hier sehe ich, mehr sehe ich nicht. Und das Ganze ist ignorieren. Was ist ignorieren? Warum nicht löschen oder gelesen oder sowas? Das finde ich ein bisschen schade. Ich kann auf Nachrichten antworten. Es kann sein, dass es beim iPhone tatsächlich nicht funktioniert, was ich euch jetzt hier zeige. Hier habe ich vorgefertigte Nachrichten, die ich in der App auch entsprechend mir anpassen kann. Ihr seht das Ja, Nein, Danke und so und ich rufe dich zurück oder sowas. Das könnt ihr jetzt hier antworten über Instagram beispielsweise. Und wie eben kurz angesprochen, das kann eventuell sein, dass das beim iPhone nicht funktioniert. Das muss euch klar sein. Warum? Weil das iPhone lässt einfach nicht zu, dass andere Apps, in dem Fall die App von der CMF-Uhr, nicht Nachrichten verschicken kann über WhatsApp zum Beispiel oder so. Das darf die App nicht und deswegen funktioniert das beim iPhone höchstwahrscheinlich nicht. Nur, dass ihr das schon mal gesehen oder gehört habt. So sieht das aus mit den Nachrichten. Das Nächste ist, wenn ich die Nachricht lösche, beantworte oder wie auch immer, ist die immer noch auf dem Smartphone. Wenn du drei Nachrichten kriegst am Tag, ist das okay. Wenn du natürlich 300 bekommst, ist das schon echt nervig, wenn du die alle schon auf der Uhr gelesen hast und dann alle noch auf deinem Smartphone hast. Aber ja, das ist so Stand der Technik bei günstigen Smartwatches, klar. Der Vibrationsalarm, der ist wirklich schlecht, der ist kaum, der ist nicht so gut spürbar und der ist halt auch sehr laut. Also man hört das, dass du eine Nachricht kriegst, auch wenn die Uhr auf stumm ist. Beim Vibrationsmotor hat man hier definitiv gespart. Aber das sind dann auch die Kritikpunkte, die ich so habe bei der Uhr. Aber wohlgemerkt, 69 Euro Smartwatch, da muss man schon ein bisschen kompromissbereiter sein. Ein paar Toleranzpunkte mit einbauen definitiv. Für jemand, der nicht viel Geld ausgeben will, wer gut seine Aktivitäten tracken will und Co., da ist das doch eine wirklich spitzen Uhr. Und ich finde auch vom Design, von der Optik, finde ich, ist es doch keine 69 Euro Uhr, oder? Was sagt ihr dazu? Man kann die Lünette wechseln, noch gibt es da nichts auf dem Markt, kommt bestimmt demnächst. Und dann kann man nochmal hier und da was sich individualisieren auf jeden Fall. Was haltet ihr von der Uhr? Was haltet ihr von der Oberfläche, vom Design? Gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Die Samsung Watch ist schon fast unterwegs. Ach, jetzt hätte ich fast vergessen zu sagen, natürlich habe ich mir die Uhr selber gekauft. Und ich wäre euch natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ihr das entsprechend würdigen würdet. mit einem Liken, einem Kommentar und für den Algorithmus und so. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt aber soll es das gewesen sein. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao.